ein wunderschönen guten morgen meine lieben funk freunde koffe ihr seid wach wir haben jetzt genau halb sieben jawohl wir haben heute hier leiser machen ja ist so ja keiner wach ja wie sieht es aus schafheim ruft die sonne kommt ich schätze mal heute wenn es 30 grad die ein oder anderen sind schon da habe schon mächtig aufgebaut ich war es dann hier um halb zehn oder irgendwie so abends dann machen wir noch ein meckes weil die habe nichts mehr ja so sieht es jedenfalls aus ihr könnt mal gucken hier drüben ist noch platz hier könnt ihr noch hin aber hier wird es schon richtig da bauen und bauen und bauen und bauen und bauen hier ist der liebe ralf backer ja mein buddy hier ist der liebe jürgen ebert der hat uns aufgewacht der ist natürlich auch schon da da hinten wird jetzt schon frühstück vorbereitet gibt es nachher da drin in einer cb lounge hier ist der jensemann wo haben wir den ralf backer da ist der ralf backer übrigens ja alle noch mal kurz hallo mach mal ein gruß hier ist der ralf backer so hier haben wir heute pennt ja hier heute seine drei sterne launch hier hoch ja wie ihr sagt jetzt wird erstmal frühstück frühstück gibt es hier natürlich auch für den jans schmalen thaler da gehen wir nachher in ja ich bin ohne richtig fit ich kann euch ja mal zeigen euch sind auch richtig scheiße aus gottes willen so ich schalte wieder um wie sie ja kinder antun ja wie schon gesagt hier ist der hasso 02 ja hier ist guck mal wir hatten elek kraft zu verkaufen kommt noch ja wie gesagt die haben schon ein jahr aufgebaut hier geht schon los siehst du diese kommen alle schon raus aus der ford zum hier wer ist überhaupt hallo so ja so sieht es aus na gut ihr wisst bescheid hier ist jürgen ebert ja verkaufszelt nummer eins gefällt mir sehr gut sehr geiles zeit übrigens hier ist der bus der neue bus so sieht es aus schnucklig so ist die langen version dieser die langen version ich glaube ich spinne hier gut schön gut also freunde ihr wisst bescheid wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen gas geben wir sehen uns nachher heute kommt noch mal live rüber ich hoffe den einen oder anderen live gibt mal ein bisschen gas setzt euch in die karre und ab geht's ja ich hab jetzt dann auch hier haben wir es dann abend also einer view